Die Kultur darf wieder leben und auch die Wachau-Festspiele in Weißenkirchen öffnen wieder ihre Pforten zu einer der schönsten Spielstätten des Landes, dem Theisenhoferhof. Nach einer langen, fordernden und dunklen Zeit wird es nun nicht nur endlich wieder hell, sondern auch bunt und leuchtend werden. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und Sie in unseren Theatern begrüßen zu dürfen. Wir spielen für Sie.